Sensoren mit integrierter CanOpen-Schnittstelle in nur wenigen Klicks zur Inbetriebnahme. Hallo, ich stelle Ihnen heute die Inbetriebnahme unserer CanOpen-Sensoren vor. Mitgebracht habe ich hier einen Ultraschallsensor und einen Radarsensor als Beispiel. Als Komponenten für die Inbetriebnahme brauchen wir einmal die Sensoren an sich, wir brauchen einen USB-to-CAN-Converter, einen Verteiler mit integriertem Abschlusswiderstand und die Spannungsversorgung. Bei Zufuhr der Spannungsversorgung blinkt die Status-LED grün-rot. Das bedeutet, dass der Sensor am Bus noch nicht initialisiert ist. Um den Sensor nun über unser CanOpen Engineering Tool zu verbinden, klicken wir auf den Connect-Button. Achten Sie dabei darauf, dass die richtige EDS-Datei als Treiberdatei für den Sensor im Programm implementiert ist. Der Sensor ist nun mit dem Tool verbunden und wir sehen, dass die grüne LED blinkt. Der Sensor wird nun in den Operational Mode, also in den Betriebsmodus, versetzt, indem wir den Knoten starten und wir sehen, dass die grüne LED dauerhaft leuchtet. Nun können wir den Sensor parametrieren. Wir sehen in dem Objektverzeichnis hier auf der linken Seite einmal das Kommunikationssegment und einmal das Manufacturer-Segment. Das Kommunikationssegment, das ich jetzt nun hier aufklappe, ist ein standardisiertes Segment, das von der CIA 301-Spezifikation zur Verfügung gestellt wird. Hier finden Sie alle unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten, um den Sensor mit dem CAN-Bus zu parametrieren. Das Manufacturer-Segment ist das herstellereigene Segment. Hier werden die Prozessdaten eingestellt, hier werden Messmodi eingestellt. Und dies erfolgt über das Aufklappen der einzelnen Objekte und über die Parametrierung. Ein sehr wichtiger Teil der CAN-Open-Parametrierung ist das Mappen von Prozessdatenobjekten, sogenannten PDOs. Das sehen wir auf dem Reiter PDO-Configuration. Aktuell sind hier nun zwei PDOs gemappt, das PDO-Distanz und das PDO-Signalqualität. Wenn wir jetzt beispielsweise noch weitere PDOs mappen möchten, dann nehmen wir per Drag & Drop dieses PDO und ziehen es in diese rechte Tabelle. Als Beispiel habe ich jetzt hier die Geschwindigkeit zusätzlich mit hinein gemappt. Um dieses nun zu aktivieren, erhöhen wir die Nummer der mappbaren Objekte und schreiben diese in das Gerät. Wir sehen nun hier, welche Prozessdaten über das Prozessdaten-Telegramm ausgesendet werden. In dem Fall ist es einmal der Identifier, das heißt, wie sich der Sensor am Bus meldet, in dem Fall mit seiner Node-ID 16, das Transmit-PDO1 und die Daten, die über ein Telegramm ausgesendet werden, was in diesem Fall einmal die Distanz ist, die Signalqualität und die Geschwindigkeit. Visualisieren kann man das Ganze auch über einen Objektmonitor, in diesem Fall den PDO-Objektmonitor. Mit der Aktivierung der Distanz sehen wir nun, dass der Sensor ab hier eine Distanz zur Wand misst, in dem Fall eine Distanz von 5,50 Meter und wir sehen nun unseren Kameramann sich auf den Sensor zu- und wegbewegen und können hier die unterschiedlichen Distanzwerte messen. Das war's von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.